Herzlich Willkommen in der nächsten Folge zu Erario, Folge 5 sollte das sein, und wir sind hier in der Höhle, also, letzte Folge waren wir, wollten wir durchrennen, sind wir leider verstorben, sind wir an der Richtung gegangen, sind wir hier reingekommen, letzte Folge gesagt, was sehr lustiges passiert in einer Truhe, also schaut gerne rein, wenn ihr wissen wollt, was genau passiert ist, ja. Es war nur sehr nervig, dass die Polizei mit der Truhe, es war leicht nervig, aber mehrfach nicht, nein, okay, einfach. Okay, wir sollten da vielleicht doch so was hin platzieren, so, oder? Oh. auch nie schwebt schon wieder warum wieso warum sind ja voll sprengstoff ich verstehe es nicht verstehe es nicht warum nicht so verdammter ernst ich weiß es egal also das schmeckt das schmeckt das gut ist das schwirrt nein nicht ein so wäre werbung so was kann das besten ja ich bin ich raus nein ich gebe euch den kuchen und es passt okay ich will da nicht aus das sind zu viele böse leute probier mal das die sind alle ganz böse da draußen ich habe keine augenkleinung genau nicht also immer das ist ein thema das ist ein kinder so die richtung mit ab dass ein augenbus da habe ich nur einen der welt juli öftern rechts hallo ich habe noch ein potter rüstung war auch so ich bin ein geist ich war geister vergangene beinahe von aus mit und der tippe das so und ich bin jetzt mal nicht dort Prozent ich hätte doch einmal es lang ist Rundfunk die Spreile Möchel den König wird auch gebrauchen auch noch so das Geld tut ich war auch so aber ja weil ich das nicht fast weggeworfen vielleicht halt ernsthaft krank hat genau einfach durch die masse einfach durch einfach durch auch mit und Ficka! Ficka! Ja wahrscheinlich... Zielenfresser... Oh, Zombe! Ach meee! Ich bin ein früßes Früßes, 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 ich bin ein früßes Früßes. Ich bin ein früßes Früßes ... Das waren die Bereit SMITH. Du hast einen besiegene F tiempo. Focat ... Ich werde jumpes Claro! über den properen�en Kann es sein, dass ich den Blutmond so mal gerade, dass es gerade der Blutmond war? Na sicher war das gerade so. Leute, wir haben gerade den Blutmond geschafft. Was war mit der Blutmond, wo halt einfach so viele lustige Zombies alles kommen. Oder sie haben sich das Gefühl töten wollen und alles komplett zerfressen wollen. Kann ich weiß nicht. Ist das alles komplett so oder so? Ähm, ja. Da ist der Hauptscheiß drauf. Was ist das? Eigentlich müsste es ja so ausgelöst werden. Das ist übrigens so. Also so. Die 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 und den 1 1 Oh ja, äh, was bist denn du da für einer? Einfach alles reinpfeifen, was geht, oder? Die Römer kommen! Die Römische Reli... Die Römische Reli... Die Römische Reli... Angriff! Die Römische Reli... Wie kann es sein, dass die Römische Reli... Die Römische Reli... Ich glaube, überall ist hier so ein ekliges Römisch... Die Römische Reli... Was muss ich da wirklich hochbauen... Wenn man es richtig mag, dann kann ich einfach hier rein. Also... Oh Leute! Socke wissen sie eigentlich nicht. Ach und nie! Hopp 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 hopp! Ich bin hier nicht so... Meiner Bauarbeiter... Ach so... Geht zumindest da drüben... Ich bin einfach Leute im Amtszug! Och nie... Bitte! So Leute wir haben jetzt den Herz kontinuierlich nächsten... Eigentlich ja... Äh wir haben eigentlich fast alle lege Folge hier so... Och nie... Ich hab Angst vor der Trudom... Hm... Nicht mal ich bin nicht mal drüben in der Trudom... Ähm... Warum? Warum? Why? Was bin ich so im Filzgewicht hier gelandet? Oh... Keine Ahnung wo es mich umbringt oder so wirklich... Schön! Mich einmal nichts umbringt in dem Game... Ich hab Achtung! Wir machen nie... Hopp! Hopp! Ich muss jetzt rauskommen... Hopp hopp! Hopp hopp! Hopp hopp! Hopp hopp! Hopp hopp! Das ist nicht so! Ich bin nicht nur ein High-Oper. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. ich würde sagen auch und das war gestorben das eigentlich eine ganz gute folge sehen wir uns bei der nächsten wieder